weil da hat mir letztes mal direkt hier in der gweili burg gesetzt wie bescheuert ist das denn sorry ich habe ich spiel jetzt hier zwar drauf los leute ein bisschen verwirrt weil letztes mal aufgehört haben weil was letztes mal aus versehen aus versehen vor ja ich spiele das jetzt nicht auf meiner konsole das liegt daran dass ich es nicht mehr habe ja du dich auch ich bin auch blöd ein bisschen darauf ein bisschen darauf besinnen was ich für waffen habe ich habe vergessen dass unsere waffen überhaupt anrichten ich bin hier erst einmal da haben wir ja das hier ne das kann ich mich noch am besten daran erinnern ja nicht Nee, ist noch nicht, Freund. Okay. Hast gewonnen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir hier richtig sind. Ähm. Wir haben alle Waffen. Ich weiß nicht, was man... Hat man irgendwas so zum Runterschmeißen, ne Waffe? Wie, was zum Runterschmeißen? Ne Waffe. Äh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich in Weidisburg bin, das ist ja das Schlimme. Wenn wir das letztes Mal haben, was irgendwie... Nee, nee, das ist glaube ich noch ein Level, weil wir aber gedacht haben, wir kriegen noch diese zwei Buchstaben. Ach so. Ah ja, und dann kannst du dich aber noch dran erinnern, wo... Ach so. Ja, dann müssen wir... Okay, ja, dann müssen wir da gleich drauf achten. Dann, ähm, stimmt, das ist ein Level. Deswegen, ich wollte das sagen, warum sollen wir in Weidisburg gehen, wenn wir da gar keine Gründe für haben, so richtig? Ich hätte lustig, wenn Nate wiederkommt. Ja, war ne Wunschvision. Gut, wir schachern Energiekanks, aber... Ach das ist die Pedagie-Tanks. Das sieht professionell aus, oder? Das ist aber nicht. Ach du Scheiße. Okay, da bräuchte ich keinen Düsen jetzt für. Eher eine Lebensversicherung. Ja. Das heißt, da laufen jetzt diese Levels immer wieder. Und gucken wo wir... Oh Scheiße. Lutschkov, was machst du da so lange? Ja, wie kannst du jetzt spielen? Ja, warte. Bevor. Ja, das sieht gerade ein bisschen... Ja, ich spiele, okay. Gieß mir mal in einen. Was muss ich jetzt... Ich muss jetzt das E und das T machen, ne? Müsstest du glaube ich nicht, weil du hast ja in der Mitte das X. Ja. Ja. Das Ende, das haben wir ja nur damals... Das ist nicht immer gesagt, dass wir das probieren, weil wir wissen, was dabei rauskommt, wenn wir diese Buchstaben verleihen. Und das würde ja aber... Heißt das, wir haben E und T? Oder haben wir andere Buchstaben? Ne, das sind die Buchstaben hier immer gesammelt, weil wir... Ja. Und hier müsste ich noch kriegen. Die fehlen noch. Ne, die hast du. Also müsstest du die Level machen ohne... Also sie. Na, das wird ja Spaß. An den richtigen Stellen jetzt auch die Sachen zu finden. Bei den Energietanks sammeln wir ja, da haben wir jetzt schon sieben von. Ja. 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 Ich glaube, die sind immer noch die Sachen zu verbringen, die Sachen zu verbringen. Ja. Ich glaube, in diesem Level war das wieder bis zu irgendwo runtergefallen und das ist dann nicht gedacht, wo dann muss ich dann nicht leben. Okay. Okay. Kannst du sagen, wir drücken uns vor dem Endbuss? Ja. Hey, ich finde das... ... Vielleicht kriegen wir hier wirklich ne geile Waffe für oder so, wenn wir das so alles haben. Ach, na sowas. Hallo? Ach, ist nett von dir. Ich bin ja gierig auf Energie dann. Nein, ich will kein Leben. Hast du es nicht verstanden? Und deinen kleinen, nutzlosen Mikrochips, dass ich den Energietag möchte? Nein. Ich hab dann hier noch ein Stück Pizza, das kann ich nebenbei essen. Du hast 3 Stück Pizza, du wirst ja immer wieder her. Vielleicht gibt es ja auch ein Limit für Energietags. Das können wir mal stundenlang treiben hier. Nicht so? Wie geht das? Seid Megaman 3. Oh, aah! Ah, glaub ich. So gefährlich aus. Nein. Das war's dann, ne? Ja. Ja. Das war's dann, ne? Ja. Die. Ja. Ich bin da Arsch jetzt. Ich glaube, wenn du da runterfährst dann links. Ja. Ich glaube, wenn du da runterfährst dann links. Ich hoffe gleich links. Ja, boah. Irgendwo war das. Dann bist du runtergefällt und dann gleich links gab es was. oh scheiße ich will ihn jetzt aber auch nicht ausstellen, nachher brauche ich den ich habe hier auch eine vernünftige waffe so